Hallo und willkommen zu Lone Star. Wir spielen Return to Monkey Island. Wir haben das letzte Mal unseren Mob zusammengebaut. Und wir müssen jetzt irgendwie in den Eyepatch rankommen. Museum of Pirate Lore. Da habe ich aber noch keine Idee. Vielleicht müssen wir irgendwas mit dem Pirate machen. Was arbeiten Sie an? Crossword-Puzzle. Wir können die Inschrift nicht lesen. Weil... Selbst das Vergrößerungsglas reicht nicht. Die Nummern sind ein bisschen deutlicher, aber trotzdem zu klein zu lesen. Hm. Das bringt uns auch nichts. Wir wollen nicht nachfragen, was in dem Liebesbrief gestanden ist. Hm. Aber ich glaube im Storeroom war sonst auch nichts. Boop 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 bop Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. Wir können auch nichts aufschneiden. Aber der Papagei will nichts davon. Wir können auch den Cracker sonst nirgends hin tun. Moment. Ja, gehen wir mal zum Lookout Point. Vielleicht können wir den Vogel damit begeistern? Nein. Hallo wieder. Ich denke, ich gehe nach LeChucks Expedition. Ich bin froh, dass du das aufschneiden hast. Nein, er will nicht mich auf dem Schiff. Ich bin blacklisted. Ich muss in den Skies gehen. Diese Shakespearean-Komedien schreiben sich selbst. Patch things up. Also, er braucht das Eyepatch. Das wissen wir. Ja. Vielleicht fragen wir mal nach. Nach dem Schloss. Und dann gehen wir noch mal kurz in die Scum Bar, wie es da ausschaut. Ich bin ein Embol für Ein Schiff. Das ist ein Emblem eines der Umwelten Gesellschaft. Ich bin ein Schiff. Es ist ein Schiff. Es wird ein Schiff. In der Schiff. Können wir mit den anderen nicht reden? Ne, ist immer Talk to Pirates. Der bekommt immer noch sein Essen nicht. Fancy Candle. Dann können wir mal in die Küche gucken, wie es steht. Wie sieht's denn aus? Es ist Carla's copy of Ingredients, by Barbie LaFlay. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Also, das funktioniert noch nicht. Ingredients, indeed. Busy? Yep. Seems like a lot, but okay. Busy? Yep. Busy? Yep. Ah, ich wollte nur noch mal riechen. Ugh, I don't remember that stench as it were yesterday. Would you make crackers if I gave you some cracker mix? That stuff is strictly for home and office use. We pros don't touch it. Do I really have to salt it so often? Okay, das macht er nicht. Coming along nicely. Dann kann er uns sonst auch nichts kochen. Oops. Oh, well, probably fine. Was abschneiden? Auch nicht. Dann gehen wir mal raus. Was ist neu, Leute? Nicht viel. Aber be sure to come see us at the shop tomorrow. Können wir vielleicht noch eins haben? They're like glasses, only way less convenient. Better to have one for each eye. If you say so. Vielleicht können wir die verbinden. It makes things look bigger. If one monocle is good, two is better. Yeah. This was a good idea. They magnify stuff even better since I stuck them together. Nice. Hey, Wally. So, the lookout is still kicking. Yep. I didn't know you made globes, too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. Ooh, those look fancy. The finest tools to make the finest maps. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. Aber wir haben doch eigentlich Geld. This map shows both sides of the globe. It's twice the value. Ooh, looks chilly up there. It's a long, small map of somewhere far, far away. What's this map of? The secret movements and activities of my competitors. That sounds reasonable. Haben wir eigentlich alle schon angeguckt? This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep. Trouser Island. It's a map on a fan. What do they think of next? I had a map like this once, but I sailed left. This map is taller than I am. That looks like a treacherous voyage. It says, rating, curse black diamond. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. The first rule of piracy is, never buy a used treasure map. Ooh, this one looks nice. How much is it? Oh, that one? Too much. Good old mazes. Can't get enough mazes. Somewhat understated and somewhat overpriced. I try to steer clear of sea monsters myself. Hey, Wally. What's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Hey, Wally. What's in these boxes? Maps. Yeah, I think we have seen everything now. Oh, I've never seen one of those before. Yeah. So, we can now see what's in the castle. What's in the castle? Hello, Mr. Brush. Hi. Ah, here's another papa guy. It doesn't seem interested. Handsome-looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Hello again. Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. Oh, da müssen wir uns vermutlich irgendwelche Rätselansätze irgendwie rausholen. Aus dem Zeug, was sie sagt. Aber ich weiß noch nicht was. How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location too. Would she move when you moved? I'm sure it's just a coincidence. Can I get another key made? Sure. Just write down the serial number and give it to me. Machen wir. Ah, er kann noch rennen. Ähm. Da lang. The museum. The museum. Ah, crystal clear. I'll just write that down. Nice. Er ist nicht lesen. This is the one for the museum display case. Da müssen wir irgendwie den Papagei noch ablenken. Aber eins nach dem anderem. Schauen wir erstmal, was das Problem sein wird. Hi, Street. Hallo, Mr. Brush. Hi there. Oh, dann geben wir ihr den Zettel. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Äh, yeah. Stamps. Nice. Snicker about the museum display case. Ich hab's gleich auch gemacht. Aber ich schätze mal, wir werden es nicht einfach öffnen dürfen. Also, Schlüssel rein. Whoa. Das ist nicht supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Looking good. That is a really big parrot. That's folded perfectly. That'll do, parrot. I'm going to have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Ja, sowas. Ah, ich find's übrigens cool, dass hier ja, eigentlich ne Nordrose ist, aber sie zeigt nach besten. Vielleicht auch, weil's vom Volley ist. Keine Ahnung. Na, super. Wir bräuchten da so'n Kaugummi wohl. Den können wir ihm nicht geben. Brauchen wir eben ne Hand? Wie bekommen wir den Papagei zum Schweigen? Wir können den aber gar nicht öffnen. Wir können den aber gar nicht öffnen. Ja, das wissen wir schon. Was ist ein sechs-Liter-Word für Pirate? Hm, Pirate. Do you get a lot of people in here? This is the off-season. Do you get a lot of people in here? This is the off-season. Tja, was macht er, wenn er hier reingeht? Er nimmt die sofort den Eyepatch raus. Wir könnten etwas über Papageien erzählen. Hm. Sie hat ne Papagei. Können wir den Papagei vielleicht austauschen? Handsome-looking Parrot. Und auch vicious. Aber es war meine Mutter's favorite. Das haben wir schon versucht, oder? Feed the Parrot? Wieso nicht? Wieso will Polly keinen Cracker? Kaufen können wir auch nicht. Oh, I'd really like some Crackers. Hands off. Those are my last Crackers. Oder brauche ich Ihre Cracker hier? Oh, I'd really like some Crackers. Hands off. Those are my last Crackers. Come on. Can I please try your key grinder? Seriously, I don't much care, if you grind off a finger. But I don't want to have to clean up afterwards. Muss ich Sie vielleicht was arbeiten lassen, um den Schlüssel zu bekommen? Hello again. Can I get another key made? Sure. Just write down the serial number and give it to me. Wo bekomme ich den jetzt her? Noch einen? What's that lock? That's for sealing a container full of evaporated gas. Hey, kid. Hey, Stan. Hello there, son. See you later. Yep. Der weiß nichts Neues. It's a fairly good story. I wonder if there will be a sequel. If you listen close, you can hear the gears grinding. A queen always gives way to a new queen. All keys are gold. It's the way of keys. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Not for me. I've always been impressed by your chair. Thank you. What's cooking? The feast of knowledge. Tell me again about Lainey and the eyepatch. Captain John Lainey was renowned as the pirate of a thousand faces. It was said that he could fool his best friend with nothing more than an eyepatch. That legend is true, but only because the eyepatch he used was filled with much voodoo magic. The eyepatch still exists. It is on display at the Museum of Pirate Law here on Melee Island. If an enterprising person such as yourself were to liberate it and bring it here, I could most likely get it working again. Got it. Thanks. I'll get back to browsing the shop. Act fast. Supplies are limited. Vielleicht müssen wir das auch einfach nur nochmal ausprobieren und dann irgendwas versuchen, den Papageien ins Maul zu stopfen. Oder was heißt ins Maul? Sein Schnabel! Ja, aber er wirft uns halt immer raus, wenn's nicht klappt. Okay, die Cracker. Hat's jetzt geklappt? Das wird's tun, Pirate. Ich muss dich fragen, dass du das Museum verlassen hast, während ich herausfinden, was mit meinem Display-Case-Lock passiert ist. Und wenn ich das jedes Mal wiederholen muss, das ist schon recht anstrengend. Das ist ein wirklich großer Parrot. Ich weiß nicht, wie viele Hand hat es getrunken. Ich weiß nicht, wie viele Hand hat es getrunken. Ich brauch da so irgendwo eine Hand hier, oder? Aber wo? Tell mir mal über den Huck. Das hat einmal auf den Dread Piraten-Meet-Huck geholt. Wo bekomme ich jetzt da was her für? Er kniet sich hier auf das Holzbein, weil er das ja gar nicht braucht. Ich glaube, hier ist auch ein... Ah! Pause! Nichts! Was machen wir mit dem Papagei? Schauen wir noch mal zum Shipyard. The assets of this establishment have been seized to settle a class-action lawsuit. Have a nice day. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. The windows are all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Oh, clever. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the eight seas. Equal opportunity employer. Inquire here. I hope this isn't one of those party cruises. I hope this isn't one of those party cruises. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays three to four. Looks like this is going to be a long journey. Don't do via a cart. Hey, watch it. Nice hatpin. Beat it, creep. Hi, Cobb. You again. I know you. Nice talking to you. Yeah, yeah. Waiter, I can't understand why this is taking so long. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. Ich hab die Steuerungen vergessen, muss ich mal nachschauen, wie man das abbrechen kann. Man kann nämlich leider nicht einfach Space oder sowas drücken. Fancy. Der Nightmare-Customer. Der Nightmare-Customer. Und da sagt er, something smells good. So much to do. Busy? Yup. Ich kann mich da auch nicht rein tun. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Ich hab grad grad, Kennedy. Property foreclosed by Order of Madison Enterprises. If any clock were the exception to that rule, it would be this one. This place has kind of gone downhill. Elaine would never have stood for this when she was governor. What kind of person would just paint on a wall like that? Überall Graffiti. Das bringt uns auch nicht weiter. Was müssen wir mit dem Papagei machen? Ja, ich glaub, das werd ich mal ausprobieren. Vielleicht auch mal einfach doch mal in das Synth-Buch reinschauen. Ich weiß nicht, mal gucken. Das überlegen wir uns mal, aber nicht mehr heute. Machen wir diese Stelle lieber erst mal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal.